Also danke Heiko für die Nominierung, ich mach na klar mit, also ich möchte mich da hinten anstehen und ja, ich nominiere jetzt hier Ursula von der Leyen, Frau, ich hoffe du hast genauso viel Spaß im Leben wie ich mit meinen Kiddies, also sei kein Spiel für die, aber mach's auch. Ja, und dann nominiere ich noch unseren Peter, na hier unser Gartenschwerg. Ja und na klar, Emi, mein Management und wehe du enttäuscht mich. Emi, wir lassen jetzt ab!